Hey, da bin ich wieder, euer Annexplorer. Sagt mal, kennt ihr eigentlich den Neandertaler? Der wurde vor langer Zeit im Neandertal entdeckt. Und das ist heute eine spannende Ausflugsgegend, die ich mit der RB48 ansteuere. Dazu löse ich mir noch schnell mein Handyticket und schon bin ich bereit für meine Zeitreise mit prähistorischem Touch. Hier bin ich nun am Bahnhof Hahn-Grüthen, von wo aus ich mit der S-Bahn Richtung Mönchengladbach bis Hochdall fahre. Und von dort mit der Buslinie 741 bis zum Neandertalmuseum. In der Nähe des Ortes, an dem eins der Neandertaler gefunden wurde, erzählt das Museum die Geschichte der Menschheit. Und zwar beginnend bei ihren Anfängen in den Savannen-Afrikas vor vier Millionen Jahren. In dem ovalen Gebäude geht man auf einem Rundweg nach oben durch die verschiedenen Epochen der Menschwerdung. Und dabei trifft man den ein oder anderen lebensgroß rekonstruierten Freund aus längst vergangenen Zeiten. Ich bin jetzt verabredet mit Ausstellungsmanagerin Melanie Wunsch, die mir ein bisschen was zu den Exponaten erzählen wird. Hallo Frau Wunsch. Hallo, ich bin hier. Oh, pardon, da sind sie. Das ist aber auch wirklich verwirrend mit diesen echt aussehenden Figuren. Ja, das stimmt. Unsere Rekonstruktionen beruhen auf echten Fossilfunden. Und deshalb sehen sie auch aus wie lebendig gewordene Urmenschen. Und deshalb faszinieren sie auch nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Was unterscheidet uns denn am meisten vom Neandertaler? Die Neandertaler waren super angepasst an die kalten Klimaverhältnisse in Europa in der Eiszeit. Und deshalb sind sie ein bisschen kleiner als wir und etwas gedrungener und manchmal auch ein bisschen rundlich. Na, dann hätte ich wohl damals auch keine schlimmen Probleme mit dem Klima gehabt. Im Neandertalmuseum ist aber nicht nur Schauen, sondern auch Machen angesagt. Zum Beispiel hier beim Nüsseknacken. Frau Wunsch und ich, wir schauen jetzt mal, wer schneller vier Nüsse geknackt bekommt. Und los geht's! Gleichstand! Auch außerhalb des Gebäudes gibt es viel zu entdecken. Zum Beispiel den Steinzeit-Spielplatz, die Steinzeit-Werkstatt oder den Museumsgarten. Und in dem zeigt Rick Springer vom Museumsteam jetzt, was Kinder hier gerne bei Geburtstagen oder Workshops so machen. Nämlich Feuer! Rick, ich würde ja einfach Streichhölzer nehmen. Ich würde auch Streichhölzer nehmen oder ein Feuerzeug, aber das hatten die Neandertaler natürlich nicht. Von daher mussten sie sich behelfen und zwar hiermit mit einem Feuerstein, mit einem eisenhaltigen Makasitstein und einem Stückchen Zunderschwamm. Und was man damit machen kann, zeige ich euch jetzt. Und nur wenige Gehminuten vom Museum entfernt kann man sehen, was bei den Neandertalern über dem Feuer gelandet ist. Und zwar keine Fertiggerichte, oder Rick? Nein, sie jagten Auerochsen und Wildpferde, so wie sie hier im eiszeitlichen Wildgegel zu sehen sind. Ich für meinen Teil stehe ja eher auf zeitgemäße Kost, die man hier am Kiosk bekommt. Danach geht es für mich gut gestärkt mit Bus, S-Bahn und RB48 zurück. Bis dahin sage ich auf Wiedersehen, vielleicht ja hier im Neandertal. Euer Anxplora